Willkommen zurück zu deines US-Lacht Extreme Legends! Es geht weiter mit der Invasion von Runan! Das war die Schlacht, wo Yuan-Chu Sun-Zer befolgen hat, Zau-Zau anzugreifen. Sie haben eine gemeinsame Sache gemacht. Yuan-Chu stand da nur im Hauptlager, hat nichts gemacht. Seinen gesamten Trummen waren eigentlich total nützlos. Sun-Zer hat in der Fix-Lacht alleine praktisch den Sieg errungen, obwohl Yuan-Chu den Ruhm eingesammt hat. Aber jetzt... Spielen wir Zau-Zau und vernichten hoffentlich auch mal Yuan-Chu. Er hat es verdient. Wenn er nichts macht, ist er schon richtig. Du hast einen Schuhal-Reik. Nur eine Burg. Hocken und andere die Drecksarbeit erledigen lassen. Gut, mit Zau-Zau-Strum schon wieder. Das dritte Mal hintereinander. Das gibt es noch nicht. Im letzten Partei haben wir Zhang-He gespielt, ja. Hast du nicht gesehen? Das unbedingt noch mal anschauen. Richtig witzig. Ich muss echt sagen, wir haben jetzt fast jeden Offizier gehabt. Können wir mit Yu-Yin spielen. Können wir noch mal mit Gujia spielen. Aber, glaube ich, auch nur einmal mit Zai-Venji könnte ich auch mal nehmen. Ja, komm, wir nehmen mal Zai-Venji. Ich spiele hier auch nicht so oft. Aber freut mich. Können wir die auch mal nehmen. Ja, wie sieht's denn aus hier? Mhm, mhm, mhm. Besiegelte fallen lassen. Geflügelte Stiefel fallen. Ernsthaft? Ihr Abwehr wird erheblich verstärkt. Aber der Angriff wird geschwächt. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Das ist bei ihr natürlich sehr geil. Okay. Können wir ruhig mit zwei verschiedenen Affinitäten spielen. Ja, war schon richtig. Erde. Immer Himmel und Erde. Das ist die beste Kombination. Ja, die hat einfach ein Schwert. Warum? Weil Baum. Keine Ahnung. Zai-Venji kenne ich nur mit Hafe. Oh! Hier muss man auf jeden Fall Zai-Yong nehmen. Und Cao-Zao am besten noch. Wenn sie so viel mitnehmen kann. Wo ist Zai-Yong? Er könnte bei Wei sein. Er könnte bei Andere sein. Das ist natürlich jetzt scheiße. Gucken wir erstmal bei Wei. Ah, das mache ich auf Screen. Und jetzt lacht ihr euch wieder tot, wenn ich ihn sehe. Und dann, äh... Ne, wenn ich ihn eben nicht sehe. Aber ihr den seht und ich scroll dann trotzdem weiter. Ne, deswegen, ich mache das auch um Zeit zu sparen. Tja, meine erste Vermutung war doch richtig. Er ist tatsächlich bei Andere. Gut, da haben wir einen Zai-Yong. Verbraucht er tatsächlich nur drei Gebühren. Das heißt, wir können eigentlich Cao-Zao noch nehmen. Sollte man natürlich bei Wei gucken. Nicht bei Jin. Cao-Zao. Boah. Ja, haben wir noch genug Platz. Den war noch ein Anderway-Offizier. Zai-Yong oder so. Ja, Zai-Yong. Passt. Gefällt mir. Ein Like. Schön, schön, schön. Kleidung? Wie sieht das aus? Ah, sie ist ja eh so ein bisschen dezent gekleidet, sag ich mal. Nicht so wie Lian-Chi oder Bao-San-Yong. Ja. Falls ihr versteht, was ich damit meine. Was ich damit ausdrücken will. Oder Weng-Yong-Yong ist auch nicht schlecht. Hehe. Ja. Wer es verstanden hat, ist gut, wenn nicht. Ist egal. Wir legen los. Mit Zai-Yong, die ich auch ebenfalls nicht so oft spiele. Führung 20 läuft. Rettung. Warum Rettung? Das passt nicht. Wir suchen mal was anderes. Ich hab Bock immer auf die gleichen Soundtracks. Ah, ich freu mich richtig auf DW3, Mann. Die Soundtracks sind so alle so episch. Heee? Ist das ja auch nicht ein alter Soundtrack? Ist doch von DW6. Da sind ja alte Soundtracks dabei. Wie geil ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Ich das eigentlich nie mache. Ey, wie cool. Dann gucken wir mal kurz durch. Hier sind neuere Soundtracks. Aha. Das sind neuere. Da hab ich keinen Bock drauf. Für ein Retro-Soundtrack. Das ist meins. Aber hier sind auch neue WTF. Hier sind alte. Und hier sind auch neue WTF. Oh, der große Giant. Burg von IFA auf der Seite der Wu. Cool. Against all odds. Dynasty Warriors 3. Schlag von Shang Ban auf der Seite der Way-Truppen. Ja komm, da ist es dort. Das passt doch jetzt. Wir sind doch auch auf der Seite der Way-Truppen. Du, 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 du. Nee, auf der Seite der Way-Truppen Wer schießt die Waves. Das ist auf der Seite der Schuh-Truppen. Na, egal. Macht ja nix. Egal, was soll's. Ja, ist echt ein bisschen fail gerade, aber... Der Soundtrack passt zu dieser Schlacht, finde ich. Ah, ist das schön, wenn die Attack-Speed hoch hat. Guck mal, wie schnell jetzt hier die Wellen kommen. Oh, das macht Spaß. So macht's mir Spaß. Weil die ist mir sonst so ein bisschen zu langsam. Aber so... Perfekt, man. Boah, ist die echt geil. So... Spiel ich die vielleicht jetzt mal öfter. Echt geil, man. Gefällt mir. Macht so jetzt nicht den gewaltigsten Schaden. Die Waffe macht ja auch nur 40 Schaden. Und... Äh... Sie sagt ja... Ähm... Dass der Angriff gesenkt wird und die Verteilung noch weiter erhöht wird. Aber trotzdem. Cool, cool, cool. Diese Geschwindigkeit... Macht's mir echt Spaß. So, wir sollen da irgendwie den Verbündeten helfen. Dann machen wir das mal ganz kurz. Aber wir haben noch gar keine Schlacht analysiert. Einmal kurz gucken. Yuan Shu. Hä, wo... What the fuck? Wo hat er ein Yi Ling? Yi Ling und Laibo fehlen. Und Zhang Sun? Nein, egal. Yuan Shu. Ciao Yu. So, und Zhang Zhang Sun. Sie fehlt übrigens auch. Joe Tai Lu Zhu. Mhm. Chill. Yuan. Eine Sekunde noch durch. Und da bin ich ja auch schon. Ja, wisst ihr noch? Diese eine geniale Schlacht. Die letzte Schlacht hier bei DivesOS 8 Extreme Legends. Bei Wei. Wo sie zwei Wände gesucht hatten. Und dann kam sie. Ja, ich ging nur ein bisschen spazieren. Was habt ihr so gemacht? Die ganze Zeit nach Savage gesucht. Gekämpft gegen Banditen und starke Offiziere und alles. Die dann ganz gechillt. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Geil. Das war so genial. Da mochte ich sie. Ich komme nur näher aus, don't die. Na ja, ihre Musulange sind leider nicht die geilsten. Hat alles nicht so wirklich Schaden. Vielleicht der. Der Next Generation. Na ja. Ist eher gegen mehrere Gegner. Wie war denn nochmal dieser Musul? Ach so, das war dieser Drachenatem. So nenne ich den gerne. Drachenwut. Zwei Venji benutzt, ne Drachenwut. Und Jotai wurde besiegt. Ein wildes Jotai. Ne, hat nicht mal gereicht. Ja gut, das war jetzt auch nicht die Drachenwut. Und die. Nein! Wieso? Ach komm, ist das der Ernst? Jotai, du kotzt mich gerade an. Niedin hat Probleme. Ja, er hat gleich ausgedient. Wir müssen mal kurz hier noch den Leuten assistieren. Shen Lan gerade besiegen. Dann kommen die hier auch schnell durch. Jetzt nur auf Yuanchu besiegen. Ne, ne, küs. Erstmal unseren Truppen hier noch helfen. Dass wir hier gemeinsame Sachen machen. Und gemeinsam gegen Yuanchu vorrücken können. Nicht, dass ich's bräuchte irgendwie Hilfe oder so. Einfach. Weil ich Bock drauf hab. Jetzt gibt's hier auch zwei Zauzows. So ein bisschen dämlich eigentlich. Aber ist egal. Ah, Shaoyun! Halt noch ein bisschen durch. Wirklich, noch ein bisschen. Ich versuche die schnell zu besiegen hier. Ich weiß, schnell besiegen mit Zwei Venji ist jetzt... Vielleicht nicht das Einfachste. Aber ich geb mir Mühe. Yes, jetzt mit Zauzow noch gemeinsame Sache hier. Trotzdem hat's gerade nur so gereicht. Lol. Na komm, helfen wir gerade Shaoyuan aus der Patsche. Vielleicht schaffen die den hier auch alleine. Shaoyuan möchte ich echt nicht verlieren. Der ist cool. Vor allem hat er auch nach Zwei Venji gesucht. Das ist... Ihre Art Danke zu sagen. Und auch mal aus der Patsche zu helfen. So, also. Das sind doch nur normale Truppen. Was ist denn mit dir? Schief gelaufen. Wieso schaffst du die hier nicht? Toll. Sauren wurde besiegt. Natürlich! Auch gegen normale Truppen. Hier ist es wieder eine Piss-Schlacht. Dass man so sagen darf. Wenn die Verbündeten nichts leisten, dann rastet sich immer aus. Hier geht überhaupt der zweite Ex-Angriff bei ihr. Oh, das sieht kompliziert aus. 1, 2, 3, 4. Okay, das ist... Achso, das ist der. Ne, hab ich jetzt schon die ganze Zeit gemacht. Das ist übrigens auch der neue Ex-Angriff von mir. Gar nicht so schlecht. Achso, du bist endlich hier. Entschuldigung. Wieso haben die denn jetzt alle Probleme? Gegen den scheiß Arles? Und dann mach ich die gerade kaputt! Alles billig Ware. Wobei die Qualität sicher... Gesteigert hat. Die DW-8. Zwei Hitze und die waren alle kaputt. Die hat ausgedient. Ist mir egal. Ich werde hier nicht helfen gegen normale Truppen. So blöd bist. Muss man einfach so sagen, wenn es so ist. So! Ich werde direkt hier durch die Mitte pressen. Dann auf Yuan Shu vorrücken. Natürlich! Eine Falle von Luzu. Hinausen rum gehen müssen. Ich wollte euch das natürlich zeigen. Ich wusste das. Nicht, dass jetzt einer denkt, ja, ja. Du wusstest das eh nicht. Ne, ich wusste das wirklich. Und sonst, der ist auch da. Das wusste ich nicht mehr, wann der kam. Und das hier Hinhinhalt kam. Das ist erstens offensichtlich gewesen. Jetzt weiß ich es noch. Ach, Luzu! Was mache ich nur mit dir? Ich wechsle jetzt erstmal die Waffe unter Mist am Arsch. Und die! Das war's! Er ist besiegt. Jetzt ist eigentlich die Moral wieder auf unsere Seite. Aber trotzdem. Sacken die Verbündeten. Warum auch immer. Oder ist er jetzt so ein Sir? Ah! Das erklärt natürlich einiges. Okay. Aber der ist jetzt erst hingekommen. Eben war er da noch nicht. Deswegen kann ich mir das nicht erklären, warum die da eben schon so gesackt hatten. Gut. Helfen wir denen mal gerade. Zauhrung. Cousin von Zauhrzau. Oder Bruder. Je nachdem. Manche schreiben mir immer, es ist nicht der Cousin! Ne, es ist nicht. Ne, es ist andersrum. Es ist nicht der Bruder. Es ist der Cousin! Ah! Aber ich habe heute auch Quellen, die sagen, es ist der Bruder gewesen. Deswegen. Was er dann letzten Endes war, wird wohl nie belegt werden können. Das liegt aber auch daran, weil... Naja. Ich studiere hier Geschichte. Gerade ein Seminar Archaisches Griechenland. Das ist ja eine Zeit, wo wirklich gar nicht so viele Quellen darüber verfügbar sind. Und jetzt gucken wir mal nach China. Ist ja ungefähr die Gleichzeit. Aufstände hier im Turban irgendwie so im Raum 100 bis 200 nach Christus. Und... Ja. Archaisches Griechenland. Von... 800 bis 500. Vor Christus aber. Trotzdem, es sind wirklich alles solche Zeiträume, die wirklich... Ziemlich, 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 ziemlich lange her sind. Das heißt... Früher wurde noch nicht so viel mitgeschrieben. Der erste wirkliche Historiker war ja auch Tukididis. Und... Der lebte auch erst so im Jahre 500. Ja, 500 vor Christus passt ganz gut. Halt zur Zeit des Peloponesischen Krieges. Und... Und... Ja, und der war eigentlich erst der erste, der erst so viel nicht notiert hat. Teredot natürlich auch. Aber wie es in China war, das weiß ich nicht. Da gibt es nicht so die verrückten Griechen, die alles notieren. Und die Zeit ist es in Anführungsstrichen auch nur 500 Jahre. Also ganz im Ernst, ich glaube, es gibt einfach sehr wenig Quellen über diese Zeit der drei Reiche. Und so wirklich ist es nicht überliefert, wer Zauhorung dann wirklich war. Deswegen, manche behaupten ja, die hat sie alle gar nicht gegeben, die Krieger. Das ist natürlich totaler Bullshit. Natürlich hat sie alle gegeben. Hier ist übrigens auch die Link. Ja, und manche argumentieren dann auch, ja, zum Beispiel in Enzyklopädie, das steht ja bei manchen Charakteren, ähm, Geburtsdatum unbekannt und so. Ja klar, Freunde. Weil es dann keine Quellen mehr zu gibt. So ist es einfach. Es ist so lange her, dass es wirklich kaum Quellen dazu gibt. Oder gar keine sogar. Teilweise. Deswegen. Alles logisch. Lange diskutiert jetzt, aber... Dann haben wir das mal geklärt, ne? Und manche von euch haben das natürlich auch, äh, wahrscheinlich schon mal sich gefragt. Und so ist es. Ja, und ich habe nochmal hier ein bisschen... Alles nochmal so rekapituliert, weil ich schreibe ja in, äh, genau einer Woche diese Geschichtsklausur. Über die ganzen Sachen, Tokidides und so. Dunkle Zeitalter Griechenlands, 1200 bis 800 vor Christus. archaisches, klassisches Zeitalter, hellenistisches Zeitalter und all sowas. Halt nur die Antike und hauptsächlich Griechenland, aber auch Rom. Auf Rom habe ich irgendwie wenig Bock. Weil da geht es irgendwie nur um diese scheiß Staatssysteme und wie ein Senat aufgebaut ist und so eine Kacke. Ich kotze es einfach nur an. Also so diese politischen Sachen mag ich nie bei Geschichte. Mich interessieren eher so die Schlachten, die Armeen und... Ja, nicht so die Staatssachen, sag ich mal. Alles andere auch. Die Gesetze ist vielleicht auch noch ganz interessant, aber so diese ganze Kacke Politik, wie jetzt eine Volksversammlung auszusehen hat und so. Das kotzt es einfach nur an. Das ist langweilt. Da haben wir ein bisschen über Geschichte geredet. Ja. Mal gucken, wie das so wird. Aber jetzt wird erstmal DW weitergezockt. Ich will jetzt hier nicht ein Let's Plays missbrauchen, um Geschichte zu lernen. Aber es war eben trotzdem angebracht. Um es mal klarzustellen. Diese Zahong-Diskussion in den Kommentaren habe ich nicht langsam leid. Schon so oft gehabt. Es ist nicht der Bruder, es ist der Cousin. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Manche Quellen sagen, es ist der Bruder, manche der Cousin. Die sind sich doch alle selber nicht einig. Wahrscheinlich gibt es einen Historiker, der gesagt hat, nö, Cousin. Und eine andere, nee, Bruder. Ja, und dann haben sich ja zwei Lager aufgespalten, sag ich mal. Die einen sagen, das ist der Bruder, der andere der Cousin. Und ich sage auch, das ist der Bruder, meine Fresse. VZ hat genug Cousins. Schau, du, schau, Johann. Und Zau, äh, Zau, Ren. Zau, Ren, Zau, Ren, Zau, Ren. Ja, und noch andere auch, ne? Was sind so die wichtigsten? Zau, Ren, Chou, Du und Chou, Johann. Gut. Ich rush hier durch. Haben wir noch einen vergessen? Ja, Chou, Yu. Der ist hier aber auch. Der will uns hier nochmal testen. Oh, als ist es zu uns gekommen. Und ne, Johann Chu ist es ja nur. Sonst haben wir schon besiegt. LOL. Als ob Johann Chu eine Gefahr darstellt. Überhaupt nicht, Mann. Ach komm, der Erste nicht. Ah, der kotzt mich an, der Typ. Sonst gibt's den besten Musu. Drachenwut. Oh, Zau, Junge hat ne Fähigkeit aktiviert. Na, heiss. Das Lager brennt. Ja, nur für so ne mini kurze Zeit, Mann. Was soll der Scheiß denn? Naja, was soll's. Oh. Da hat er noch einen Schlag gemacht. Wuss ich gleich, dass er noch einen hintersetzt. Bäm. Ein bisschen aufräumen hier. Paar normales weg, ne? Zack. So, jetzt nehmen wir noch die Achse des Kriegsgottes. Jetzt machen wir den Musuta und dann war's das auch schon gleich. Tja, Yuan Chu. Nur seine Leute hungern lassen. Ist irgendwie nicht so der Schlüssel zum Sieg, ne? Ah, er hat echt sein Volk immer oft hungern gelassen. Deswegen war er ein unbeliebter Herrscher. Das sag ich immer, wenn ich Yuan Chu sehe. Das... Hat er jetzt echt ernsthaft alles abgewehrt? Dein Ernst, Yuan Chu? Dafür musst du jetzt sterben, weil du so gut warst. Ach komm, das ist... Echt betrug gerade. Ach komm jetzt! Oh, ich will voll schon gerade richtig ausrasten. Das ist nur Yuan Chu, man. Alle, alle, rechnen! Die Glückwunsch ist ours! Das ist nicht so. Los und keinancy! Nein, das war doch gar nicht so schlecht! Schlacht hat mir gefallen. Ich hab eigentlich mit so was schlechtem gerechnet. Es war echt ganz cool umgesetzt, mit den ganzen Hinterhalten und so, dass man sich da so ein bisschen durchkämpfen muss. Hat mir gefallen. Nur dass die Verbündeten wieder nichts drauf hatten. Das fand ich nicht so gut. Ansonsten, echt coole Schlacht. Kann man auch auf dieser Seite gut spielen. Wobei mir die andere Seite ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Aber er macht ja nix. What? Nickes. Komm nie in all die Tüte. Würde gar nicht erreicht hier die maximale Energiemenge, wie ihr sehen könnt. Lädt auf, steht da noch. Ja, ähm, jetzt bin ich aus dem Konzept. Danke, PS3-Controller. Ähm, genau. Und die nächste Schlacht. In dem nächsten Part werden wir den Angriff... Dien, ne? Den Lidin-Angriff. Ne, Quatsch. Ähm, den Angriff auf die Provinz Xuxu machen. Mit Libace-Trum. Endlich mal nicht mehr Zau-Zau. Ich hab ja nichts gegen Zau-Zau-Strum, aber dreimal Zau-Zau hintereinander. Ich weiß ja nicht, ob das sowas gelbe vom Ei ist. Also, ein bisschen Abwechslung. Nächstes Part mal wieder mit Libace-Truppen kämpfen. Meint ja schon einer in den Kommentaren. Ja, du hast sowieso noch nicht so viel, ähm, Offiziere von Liu Bei genommen. Dann haben wir wieder einen mehr. Also, läuft doch. Gut, Freunde, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, wir uns wieder improvisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal bei dem Angriff auf die Provinz Xuxu. Also, bis dann. Und tschau und haut rein.